So, da sind wir wieder mit einer neuen Runde. Ich habe als Last Pick dieses Mal zumindest Top bekommen. Und André wurde in der gleichen Pick-Reihenfolge, also während des gleichen Picks noch ausgepickt, weil der Gegner Lee Sin gepickt hat und unsere jetzige Wayne keinen Bock hatte, deswegen auf Top zu gehen. Aber naja, das wird schon. Voll gut, André. Dann machen wir anscheinend erst Low. Hal super, jetzt. Ich hasse Jungle eigentlich, seitdem ich mich nur auf AD Carry konzentriere. Ja, blöd. Ja. Ja gut, ich habe Chundle auch lange nicht mehr gespielt, muss ich dazu sagen, aber... Er ist geil. Ja, er macht halt tierisch Fun. Und der alte Drundle sieht halt viel, viel mehr Old School aus. Viel, viel mehr Old School. Ja. Probleme? Ja, okay, Lee Sin und Estrell haben sie. Seht, ob du was snacken kannst. Ich will nicht ragen. Ja. Du fängst echt mit dem E an? Nö, eigentlich habe ich immer mit dem VR angefangen. Ich wollte schon sagen. Aber ich habe mich verklickt, wenn ich... Das kann mal passieren, Alter. Ja. Ähm, Lee ist noch Mist. Jetzt ist Lee in der Mitte. Ach, ach. Da kann man lustig werden, ey. Boah, voll gut. Wie viel Damage man nur mit dem E macht. Klar, kein. Wetter damit, dass Kessel den First Blood gibt. Ja, also Wetter hat eine reine Farmlane hier oben. Super. Obwohl, ich tue ihm gut weh. Ja. Und er hat First Blood gegeben. Total Outplay. Oh, jetzt holt er halt so rum. Ich kann nicht fahren. Ja, das müsste ihm aber klar sein, als wenn er Kassadin First pickt. Ah, die habe ich auch noch gefangen, ey. Pass auf, Lee auf. Amu chillt gerade Mitte. Nicht das Lee Lays und Surprise. Budsex macht, meinst du? Wollte nicht aussprechen, aber ja. Budsex. Budsex. Ich komme jetzt ganken. Ach, Kennen kann er mit seinem E voll gut, ne? Ja. Dreckhüppern. Das heißt, selbst wenn ich ihn jetzt voll treffe. Dann kann ich ihm trotzdem noch mein... Er hat ein Wort dabei. ...auf den Kopf. Er hat ein Wort. Wie soll er das denn gemacht haben? Den er gehackt hat. Ansonsten warten wir, bis Amuna in den Instincts geht. Gleich. Ach. Wie gesagt, irgendwie wusste er, dass ich da bin. Wirklich. Als ich mich da reingestellt habe, hat er sich dann vom Butch weg... ...en Ferrant. Alter, ey, lutsch mir den Jaggon. Mit Lo... Äh. Weißt du, äh, schreiben sie. Äh, ich muss unbedingt mit ihr spielen, aber haben keine Ahnung, wie man in der Mitte spielt, ja? Ja. Äh, das ist doch... Boah. Dann holen sie alle rum, so. Äh, ich komme nie aus meinem Ehehlo raus. André, damit hast du dich aber sehr gut nachgemacht. Ja, Anfangszeit, Anfangszeit. Butch dirbt. Ach, beide sogar. Ja. Ich will unbedingt AD carry. Ich bin unbedingt AD carry. ok ja scho scheiße Oh wie lau er ist. Ich wollte eigentlich in den Busch gehen und auf den Team cool dann warten. Hallo Philip. Ein wilder Philip stört die Aufnahme. Phil? Ja? Randoms 1. Hast du Randoms 1? Ich will unbedingt AD Carry spielen, anders kann ich nicht. Aber er kann halt nicht mal AD Carry spielen. Was sagt uns das? Stell dir mal vor wie er dann die anderen Rollen gespielt hätte. Da bist du Buff jetzt, ne? Nee, ich wollte gerade Lee Sin. Hätte ich fast bekommen. War verklickt. Nein, eigentlich nicht verklickt. Verschätzt. Ich werde mir gleich die No Need You mit. Wow, Rod. Stop. Sie ist englisch. Sie ist richtig geil. Sie sind. Sie sind. Nichts. Sie sind. Was machen sie bei Golems? Äh... Keep Golem, 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 Golem. Er wird aber keinen Bluebuff von mir kriegen, der Typ. Na so hart knicken. Boah, ist das nervig gegen Kennen hier oben, ey. Hobe ich wohl. Oh! Haben sie sich erwischt, ja? Jo, der Cazerlin steht daneben, sagt nicht mal, dass sein Ding jetzt von der Lenden geht. Ach du Scheiß, tut er weh. Alter, ich hab... Warte mal, hat bei euch der Blitzcrank als letzter gepickt? Ja. Aber das macht bei unseren Leuten eh keinen Unterschied grad. Ne, weil ich jetzt gerade so sehe, hm, den Blitzcrank gegen den Alistar zu picken. Ach, der ist auch bei den Gegnern sehe ich gerade. Ja, ja. Hm. Ja, Andre, ich bräuchte Top-Hilfe, aber im Moment braucht ja eigentlich jeder. Ja, ja. Du musst Richtung Drake gehen, auch wenn du wahrscheinlich ein zu spät kommst. Ich hab mich ja auch gecatcht, ja. Ja. Ist schon zu spät. Ja. Aber Cazerlin kommt auch nicht auf die Idee, sich zu bewegen. Quatsch, warum denn? Cazerlin kann sich nicht bewegen. Ja, du findest, Jam. So, sobald meine Early Legs vorbei sind, kann ich das Spiel auch so ein bisschen beobachten. Das Coole ist, es wird sowieso hinter wieder auf mich zurückfallen. Daniel, komm zu mir! Mach keine Preise! Boah! Habt noch was hier? Nein, nein! Ja, Amo Moos! Warum hast du denn so früh... Willst du Armorschuhe bauen, André? Äh, Daniel? Ähm... Hast du? Ne, ich hab eigentlich gedacht, ich spiel gegen Early Sin. Ah, okay. Ja, aber Top-Trundle ist natürlich... Äh, Top-Ken ist natürlich auch mittlerweile... Den kannst du so auf AD umspielen oder auf AD anfangen. Ja. Und dann später erst AP bauen. Na gut, ist aber tierisch eklig jetzt für mich. Na gut, glaub ich. Theoretisch kommt er nicht an ihn ran. Was gehalten. Ja, genau das ist das Problem. Aber dafür pusht Trundle so schnell, ne? Ich steh einmal am Tower und der ist jetzt auf 40% runter, wenn ich ihn direkt nehme. Geht aber. Ja, ich steh einmal an. Ich steh einmal an. Ich kann ihn getrun. Oh, das ist doch auch schon. Ich überlebe das sogar noch! Ja! Haaa! Alter, Alter! Wow! Erste, Leute, die kommt hoch! Achso, ne, kam zur Mitte. War nicht an dich gedacht. Achso. Ja, ich dachte schon, ey. Ich hab dich lieber schon mal gewarnt. Ich hab ihn jetzt auch. Big bot lane, kommst du in top soweit klar so? Geht. Ah, du bist grad. Ich werd gerade gefisst. So. Iiii. Right between the anus. Fucken. Ah, Mumu ist bei Kassadin. Kann ich jetzt nichts dran machen. War drin wahrscheinlich. Und die neuen Sounds von Trun sind aber super. Ja. Vor allem, dass sein Coups load ist geil. Ach, das ist es auch noch? Mhm. Ja. Das war nur ziemlich kurz, also ne halbe Sekunde oder ne Sekunde vielleicht. Und du läufst auch noch genau durch, andere. Ja, ich weiß. Ja, okay, dafür klaut er aber nicht mehr den vollen AD. Den Coup. Hä? Früher hat er ja den gesamten AD geklaut. Ja, der klaut nicht mehr. Stimmt. Ich glaub, der klaut immer noch. Aber? Ja. Ähm, du klaust ihm noch jetzt nur noch die Hälfte. Ja, stimmt. Ja. Ja. Oh, ich hab bei mir grad die einzigen Kills im Team. Der Kassel in Rent-AfK. I'm... Boah. Was? Du kannst über Türme jetzt beißen? Ja. Ja. Und du kannst über Türme jetzt beißen? Ja. Aber ich mein, das ging auch vorher. Mhm. Nope, das ging vorher nicht. Unser Kasselin ist ja mal ultra scheiße. Erstens, äh, schmeißt die Vayne erstmal den Lee weg. Nach mein Ulti. Bei dem Bodenfeld war das, glaub ich, auch vorher so, dass du, ähm, prozentual weniger CC-Reduktion bekommen hast. Ja. Jetzt kriegst du dafür Healing-Bonus. Healing or Regeneration-Bonus, ja. Natürlich perfekt mit der Ulti. Und generell der Passiven. Ja, der Slow passt richtig gut in, in sein, äh, in sein Skillset, wa? Jo. Ist ja genau wie Gang-Play mit seinem Crew. Weißt du? Der auch jetzt den Slow bekommen. Ach, was war das denn, ey? Scooter da. Oh, Gott. Ja! Super Idee. Komplik! Super Idee, der Slow ist ja, ja. Oh, Gott, die Courten. Ach so! Der S-Wield ist, ist schon... ach so. Mhm. Die sind auf eurer Botlane, aber auch keine großen Fans von Wards. Ach, die sind scheiße. Versteht nicht mal die einfachsten, weisse Spielmechaniken. Wards, Wards, was ist Wards? Den Gegner sehen wir ja total doof. Ich glaube, du schuldest Daniel wieder eine Pizza. Nein, das ist ja jetzt so offensichtlich, dass sie wirklich kacke sind, also, die haben ja ausgemacht, wenn ich einfach so rage, weil man auf was nicht klappt, aber das ist ja wirklich, sollte in diesem Elo überhaupt nicht mehr passieren. Deswegen sage ich, noch Gold ist nichts mehr wert, noch Spassi ist teilweise da drin, für nichts. Du schuldest auf jeden Fall eine Pizza. Ja, was ich jetzt vorher noch gesehen habe, ist, dass der Alice seine Ulti hat, wenn er noch 100 Leben hat. Ja. Ja, typische Anfängerfehler. Ja. Ja, typische Anfängerfehler. Mann, Kasadin, ja jetzt fahren wir oben die Lane weg, Mann. Da kehrenst du den, ist ultra schlecht. Da hättest du den Rest auslassen können. Vor allem der Attack-Speed-Boost vom W kommt mir viel, viel krasser vor. Meinst du? Ja. Ja. Ernsthaft. Warum habt ihr in der Mumu nicht mit vier Leuten getower-divet? Fack mich nicht. Na, du bist mit als Erster weggegangen. Nur die Vayne sind hergegangen. Ja, aber bei den, äh, Mates. Ich bin auf... Ja, auf S-Duel. Boah. Ey, wie sie alles fokussen, nur nicht den Legendary Ezreal. Ja. Ich hab's versucht, aber ich hatte meinen Q nicht mehr, um an ihn dran zu kommen. Ja, du musst dir die Ulti auch dafür aufheben. Vorhin auf dem Kennen hätte auch nicht sein müssen. Ja, wir wollten eigentlich nur Kennen snacken eben schnell. Dachte ich. Ja. Mann. Was macht dieses neue Bild eigentlich? Immer noch AD-Damage? Oder AP? Von Ezreal. Ja, AD. Und die passive ist True-Damage. Ach so. Okay. Boah, ich glaub, ich hol mir einfach mal einen Frozen Heart. Ja. Warum chasen die denn da, wenn die sehen, dass alle ankommen? Alter! Ich versteh's echt nicht. Sag mir nicht, dass ich bei diesen Leuten jetzt hier nicht hinterragen dürfe. Aber wirklich. Das, das musst du mir einmal gewähren, bitte. So. Ich hab's halt Liege tötet. Die Vayne macht langsam auch Damage. Ja, ich hab' jetzt auch mal dieses Two-Damage-Item geholt. Ich hab' gehört, das soll auf, äh, äh, Liege. Ich hab' gehört, das soll auf, äh, Liege. Wie, äh, wie gut sein? Why? Nicht mehr. Aber Dutalizer ist wichtig. Was? Ah! Ja, Benni. Lass' den mal nehmen. Ja, den benerten Wichser holen wir uns jetzt. Ja, Mann! Ich bin nicht zerrissen von dir. Ja, doch, ey. Ja, und jetzt pingen sie uns weg, oder was? Ey. Ich bin so behindert, weißt? Oh. Schmeiß doch deine Ulti an, Mann. Ach, der hat keine. LOL! Die Vayne lässt ihn echt überleben. Ist damit okay? LOL! Das war Buggy. Wär's jetzt gewesen, wenn ihnen die Creeps jetzt platt machen, war. Ah. aber wenn auch schon also selbst wenn die ganz tot ist er schwere bringt uns gar nicht mehr so weil ich werden lassen er liebt und verdammt weh aber wie gesagt ich habe mir jetzt gegen die und bringen es für den frozen heart einzige was mir gerade einfällt was selbst passiv was bringt meint sich ja momo er hat normale boots ich habe volle boots ja 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 sehr schön es habe ich gesehen ich habe noch meine ulti die muss raushauen an sich müsste kassadin der es so squishy er müsste mit einer kombo es für mindestens halt 75 prozent sie mindestens er will greppen da stehe ich ja ich musste nur einmal von dem ich wollte schon sagen warte ich mache es kommt aus Oh Man Ich bin der Gehen, ich bin der Gehen. Nope da warst du kassadin auf jeden fall hast nicht ließen ja manchmal ich glaube der typ counter sich einfach nur mit seinen eigenen blöd hat ja wäre nicht das erste mal ich habe jetzt meinen frozen heart fertig ja ob das wirklich was bringt ich hoffe es einfach blitz ist hier ich brauche hp warmox ja stop Stopp. Und Blitz öffnet sich gut. Ja, macht nix. Ich will nicht sterben. Ach, verdammt. Ja. Ja, okay, zahlen. Oh. Nein, ich war gesilenced. Konnte deswegen... Ich wollte... Ich hab mein Exhaust nicht mehr rausgekriegt. Ich wollte den abfangen. Ich wollte den nicht hinbringen, sondern ich wollte den abfangen. Sorry. Gut, Kassadin. Geh auf am Mumu. Geh auf. Keine Vertreifungstod. Muss das sein. Ach man ich hätte nicht gedacht dass von der range erreicht naja das war es für heute mal wieder mal wieder eine zur schaustellung menschlicher intelligenz bbh noobs